Ich werfe mal eben ein bisschen was weg. Äh, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das Gunpowder werfe ich's weg oder behalte ich's? Weiß ich nicht, mach mal, ich hab's in meine Truhe gepackt, vorsichtig, falls wir's bebrauchen können. So, was hast du hier so? Ich überlege, ob ich mir jetzt hier so ein cooles Rüstungsteil, Dings kaufe. Ah, sieben, sieben, scheiße, einer fehlt fürs Schwert. Ärgerlich. Ich glaub, wir müssen hier da noch mal ein bisschen rumschauen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ähm. Alter, jetzt hat er ja die Hälfte hier fallen lassen, hier. Hey, kann man doch rein. Da ging's doch rein letztens, vorhin. Hier war doch eine Tür. Wo müssen wir jetzt hier zu? Tja. Wie kommt man da jetzt hoch? Hier, warte. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Oh. So geht das. Oh, nee, das war nix. Ja, hier war doch die Tür, wo es stand, von wegen, komm später wieder. Hier, die ist jetzt offen. Weißt du, bist du da? Ich komme nicht rein. Hä? Wie hast du es geschafft, da rüber zu springen? Hier auf das Ding springen. Erstmal auf den Zaun. Auf den Zaun hier. Oh. So, wunderbar. Guck mal, hier unten. Die ist jetzt offen, ja. Die ist jetzt offen. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Aber sei vorsichtig, nicht, dass ich jetzt irgendwas... Was ist das denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also insgesamt zehn Schalter. Zehn einfach mal. Okay, das liegt es an. Das liegt es an. Ach so, hier, guck mal, wenn du den einen drückst, dann geht das andere wieder aus. Oben oder unten. Es geht immer nur oben oder unten. Nee, nicht wirklich. Doch, drüber mal jetzt unten. Bei deinem meine ich. Und jetzt geht der oberer aus. Warte. Okay. Immer nur oben oder unten. Nur, wo wissen wir, was richtig ist. Wir müssen wahrscheinlich eine Kombination machen. Ja, okay, und wir kriegen mal raus, welche Kombination es ist. Müssen wir immer einen... Einen oben, einen unten. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein mit den Fackeln oder was? Nee, die Fackeln sehen alle gleich aus. Hier, was mit dem Moosstein? Nee, das wäre zu. Hier, was mit den Dingern? Genau, die Steine. Steine sind's. Okay, oben, unten, unten. Der muss nach unten, der muss nach oben hier. Der muss nach unten. Vielleicht genau das Gegenteil. Wollen wir genau das Gegenteil? Der nach oben. Ah, warte mal. Ich will auch gucken, was das heißt. Was war denn da? Eine Goldnagel war drin. So. Toll, den hätte ich gebraucht für mein Schwert. Du kannst ihn doch haben. Nein, jetzt hast du ihn. Nee, hier, da. Ich werfe die da jetzt hin. Nein, ich will ihn jetzt nicht. Oh, ich habe einen Goldnagel gefunden. Oh, kommt der denn her? Oh, hier ist noch was drin. Sind die Thronen auch wieder voll? Ja. Ah, hier, Potion of Healing. Gar nicht so verkehrt. Ich habe auch eine... Ich habe eine Potion of Healing, Spinnenaugen und Knochen gekriegt. Oh, wie viel Zeug hier wieder drin ist, ey. Das heißt, wir dürfen jedes Haus wieder durchsuchen. Lass uns diesmal trennen, dann geht das ein bisschen schneller, glaube ich. Oder wie siehst du das? Ja, können wir machen. Warte mal, ich komme mal mit runter, dann müssen wir mal gucken, welches Haus Wehrmacht. Wehrmacht? Was ist mit der Wehrmacht? Ich weiß es nicht. So, ich gehe hier lang. Hier so. Warte mal, die kommen mal hier nochmal mit. Da unten waren noch diese Diamantsachen und alles. Diese riesen Schätze. Was war das hier? Das war hier unten. Die Tatsache, ich finde es sehr cool, dass das hier überall brennt. Oh, Alter. Aber das Feuer sich nicht ausweitet. Hast du das gesehen hier? Oh, Mensch. Ha, ich habe noch einen Goldnager. Kannst du einen wieder haben? Kommst du da überall nicht ran, weil alles zu ist. Ich habe noch ein neues Notus Madness-Schwert da. Ich schmeiße mal die scheiß Giftkartoffeln weg. Boah, kein Arsch. Hier, da ist noch was drin in der Trohe, falls du noch was Platz hast. In der hier, genau. Ja, Giftkartoffel und... Ja, die gute Giftkartoffel hatte ich wieder reingeschmissen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ach ja, gute Idee. Jetzt schmeiße ich die mal auf den Boden hier. So. Hast du noch sonst alles durchsucht hier? Ähm, ja. Alles soweit durch. Na gut. Pass mal auf, ich habe irgendwas... Ich habe einen neuen Helm gefunden. Brauchst du noch einen neuen Helm? Ähm, nee, ich habe noch. Okay, und sonst habe ich... Nee. Nur ein paar Tränke, die können wir ja später nochmal aufteilen, gleich. Ich habe hier drei Potions of Healing. Das reicht. Insgesamt. Ja. Ich weiß nicht, ob das später reicht. Mal sehen. Ach, so wie wir hier durchrotzen. Du bist schon wie viel aufgestorben? Zweimal. Okay. Ja, du haust doch immer gleich vorne rein, ne? Ja, und? Ja, ich sage aber eigentlich so gut. Irgendeiner muss es ja tun. Wo bist du? Ich bin hier in diesem Haus rein, in dieses Haus reingerannt. Wo bist du denn hin? Hier, hier. Ich bin bestimmt an dem Haus vorbeigerannt. Hier hinten bin ich. Dreh dich mal um. Wink doch mal da. Hier, in dem war ich drin. Bis dann, ja? Hm, ich denke schon. Oben könnte noch was sein, aber... Hä, hast du das Feuer gerade ausgehauen? Ich habe nur das Gras da kaputtgeschlagen. Dadurch ist das Feuer dann ausgehauen. Achso, okay. Boah, wie scheiße. Hier sind noch viele Potions. Ich kann die nicht alle tragen. Kannst du die ganzen Potions noch tragen? Ja, jede Menge. Nimm mal alle mit hier. Okay, also entweder wird das jetzt demnächst richtig heavy, dass wir so viele Heal Potions kriegen. Oder ist es ein bisschen übertrieben. Oder ist es ein bisschen übertrieben, weil es Easy Mode ist. Hm. Unsere Zuschauer halten uns auch für Pussys. Nein, ich bin im Easy Mode. Da stand recommended. Empfohlen. Empfohlen, für alle, die es nicht wissen. Ja. Hier kommen wir nicht rein. Hier ist kaputt. Der Eingang. Kannst du auch nicht reinspringen. Okay, ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zum... Schloss, ne? Schloss. Aber ich muss nur eben an meine Truhe. Ich muss mal die ganze Scheiße nochmal wegräumen. Und ich will mein Schwert kaufen. Willst du dir ein Schwert kaufen? Also soll ich dir mal deine Nuggets geben? Ne, ich hab... Ich geb dir sogar eins zurück, geb ich dir. Alter, ich hab viel zu viele Potions. Ich muss die mal alle wegschmeißen jetzt hier. Ich hab immer noch das scheiß Notus Manus Schwert. Mordecais Visage, Reds Lava Walker, Dämon Skin, Warlord Leg und Nightbringer und Venum Husk. Also ich wäre ja für Mordecais Visage. Was denn das? Äh, das ist der Helm. Mordecaiser halt. Ich hol mir das Schwert. Okay, hol dir das Schwert. Was macht denn das Schwert nochmal? Damage? Ja. Ich, äh... Ich hab jetzt 19 Stakes. Willst du noch ein paar Stakes haben? Ich hab 10, das reicht. Okay, gut. Ich hab jetzt den Nightbringer-Sword. Okay, wie viel Damage macht's? Ähm, 12 bis 22. Oh, ich hab 11 bis 18 mit meinem Ruhen-Schwert. Das hatte ich ja noch nicht mehr. Ich hatte immer noch diese scheiß... Vorsicht, da ist wieder der Schwarze. Ja, hier geht's wieder ab. Wow. Warum geht nicht schon wieder alles in die Luft? Keine Ahnung. Okay, also du haust da jetzt volles End drauf. Ja, mit meinem Schwert. Mal gucken, was das kann. Wow. Voll den Leck gerade. Alter, die halten immer ganz schön was aus. Nein, verdammt, der hat mich gekriegt. Aber ich schaff das. Fehlt dir noch was hier? Alles gut, ne? So, das geht jetzt wieder. Ähm, ich hab übrigens einen Keks. Möchtest du einen Keks? Oh ja, lass uns einen Keks gönnen. Ja? Richtig Keks? Ja. Warte, hier hast du einen Keks. Kannst du einen Keks freuen. Okay, danke. Ich kann nicht essen, scheiße. Alter, hab ich Potions of Healing, ey. Ja, ich auch. Eins, zwei... Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Stück hab ich. Ich hab ne Fucker kaputt gemacht. Nimm das, Junge. Und nimm das. Und nimm das. Ha. Hier ist schon wieder ein Endgegner. The Mad King. Oh, der verrückte König, ey. Ja, hier ist nix mehr. Äh, ich hab ein bisschen Angst. Ja, ich auch, irgendwie. Egal. Das ist normal. Einmal Safe Game. Leider nicht möglich. Go. Okay, gut. Abwart. Komm ruhig ran. Was ist denn hier da aus, ey? Ist doch gar nichts. Hier ist doch nix. Oh, da kommt was von oben. Hallo. Du nimmst rechts, ich... Äh, ich nehm rechts, du nimmst links. Auslegungssache. Rise to protect our castle. Yes, my King. Zombie Knight. Zombie Krieger. Komm her, du Sau. Ritter, viel besser. Hä, ist doch alles easy peasy hier. Von oben kommen die irgendwie runtergeflogen, ne? Ja, da. Zack, komm wieder weg. Auf der anderen Seite auch. Ja. Wie auf der anderen Seite? Was für eine andere Seite? Hier hinten auch. Okay. Okay. Das ist TNT. Interessant. Oh, oh, oh. Wo kommen die denn her? Ich glaube, ich nehme gleich einen Regenerationstrank, ey. Alter, was geht denn hier ab, ey? Wird das mal weniger? Müssen wir was machen oder so? Keine Ahnung, ob wir was machen müssen. Das ist ein bisschen krank, ne? Noch geht's. Finde ich. Ich finde es ein bisschen heftig. Na, Gott sei Dank reden wir nicht mehr so viel für unsere Zuschauer. Ja, es ist halt... Entschuldigung dafür, aber es ist echt scheiße schwer gerade so ein bisschen, finde ich. Ihr seht es ja selbst, was hier abgeht. Auf jeden Fall anstrengend. Ja, Hauptsache du läufst jetzt mitten in die Armee rein. Ja, weil ich sie alle töte, mein Freund. Ich schlöfe jetzt mal in Regenerationstrank und jetzt geht's los. Ich bräuchte auch mal einen, ey. Ich hol mir mal schnell einen. Boah, Alter. Ihr nervt mich tierisch. Wir brauchen unbedingt Hilfe hier. Oh, das werden langsam echt viele. Es sind jetzt auch Diamanttypen hier. Oh oh. Warte. So, weiter geht's. Was geht jetzt ab? Hold on. Alter, da sind Typen, die helfen uns. Nicht auf die Golems, die helfen uns. Ah, die Golems helfen, das ist interessant. Das ist ganz geil. Nett von ihnen, ey. Sonst hätten wir es auch nicht mehr lange geschafft, oder? Och doch, doch. Ich bin hier noch. Guter Mann. Regenerationstrank hat richtig geregelt. Für Sparta! Das muss das sein. Ich mach euch kaputt. Halt mich zurück. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Das passt so. Alter, diese Golems, die töten mich eher, als dass sie... Können dich gar nicht töten. Sagen wir zu aus. Alter, Leute, lass mich doch mal ein bisschen in Ruhe hier. Nein! Hast du dich echt umbringen lassen? Wie die das jetzt geschafft haben? Ja, die kamen von unten und dann... Von oben, meine ich. Scheiße! Scheiße! Oh, fuck! Du musst das jetzt alleine regeln. Ich bin gerade in einem Metallkasten eingeschlossen. Hä? Ich bin aber auch wieder hier rausgekommen, ganz normal. Ich nicht. Ich bin in einem Metallkasten. Beweg dich doch mal. Nee, kann ich nicht. Ich bin in so einem... Ah, jetzt! Das wird ein bisschen viel, finde ich. Ich glaube, wir haben keine Rüstung mehr oder so. Da wird es liegen. Doch, ich habe noch Rüstung. Hä? Wo sind denn die Golems hier? Ich bin aus der Map gefallen, das ist auch sehr schön. Da, keine Hose. Jetzt bin ich wieder da. Kommt her. So, jetzt habe ich auch wieder eine Hose. So. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Alter, kranke Kacke, oder? Kein Wunder, dass wir so viele Potions bekommen haben. Das war nicht schlecht. Heftige Scheiße. War es das jetzt hier? Ja, das war es hier jetzt. Aber wo war jetzt der Endgegner? Vielleicht waren die die Endgegner. Nee, dann hätte er... Wir haben keine Musik. Ja, das war es. The door with the king has been destroyed. Get him. Hier.